Guten Morgen liebe YouTube-Freunde, ich habe nach der Bauerausi heute, Dienstag, 4 Uhr morgens, jawohl, in der Werkstatt in Graswil, wir starten, fahren nach Markt-Oberdorf, Zendwerk besichtigen, jawohl, jetzt gibt es noch einen Kaffee für den Bauerausi, jawohl. Ja, die Kar ist schon ziemlich voll, aber es fehlen noch 2, 3 und es ist schon Viertel nach 4, ui, ui. Ja, die Авwürgerin wene Nastbound auf 4, 5-4-4-4-9-9-6-7. culpa, 5-4-4-9-8-8-11. Hier gibt es these fronten. Baryszelnat tártダ koca. Arzelnat está und fraй. Junk çalışt résehort swampl wohnt ihr, honourblast Deutsch. Ein homosexual äußerstörter ist es für ein bürger Schodeffahrt. Baryszelnatết K burnt und握ert closer Gönig. Ja, im Fensterwerk durften wir nicht filmen, da habe ich gesagt, warum gibt es auch nicht zu sehen, es war sehr interessant, aber der erste Teil war dann die Variofahrung, da durfte man wieder filmen. Die Variofahrung Hier im Showroom habe ich da noch das Vario-Getriebe filmen dürfen. Anschliessend an die Führung durch das Fettwerk wurde uns ein Liefergessen serviert. Vielen Dank. Hier unser Hotel. Wir besammelten uns am Abend und dann gemeinsam nach dem Essen und dem Tostkreis auszugehen, wo wir gerne passen. Zuerst waren wir da, mal von Stein, dann hier. Wenn ich schon fast hunger habe, kann man auch schon da essen. Aber ich werde mir ein wenig, nicht nur einsacken. Das ist nicht das Lokal, wo wir essen. Also das ist gut. Ich mache FDH, der hört zweimal. Dann Nachtessen im Donizel. Eine sehr schöne Gaststätte. Wir waren da oben in der Gaststätte. Und dann kommt der Nummer kreie. Dann sind wir da oben aufgerufen, wenn ich FDH nicht mehr rauskriegen. Wenn ich nicht mehr klar hab, dann kommen wir da oben in der Beschreibung. Das ist schon ganz schön. Und dann ist das auch schön. Es gibt nur halbes Weißbier. Er hat der Maas bestellt. Die Weißbier kommen extra durch. Es gibt nur halbes Weißbier. Ich habe den zweiten Maas. Ich kann es fast nicht mehr heben. Es ist zu schwer, das zweite Maas. Jetzt darf ich es noch nie sagen, aber es ist so ein Scheiss. Und jetzt am Abend spät. Es ist doch nicht zu spät. 1.30 Uhr! Ja!